Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um das Honor 200 Pro. Ihr habt es bestimmt schon im Titel gelesen. Ich wurde von Honor vor circa zwei Wochen nach Paris eingeladen, um da die Features und alles, was das Gerät so kann und so zu bieten hat, hier dann genauer angucken zu können. Es war ein schönes Event. Paris sieht man auch nicht alle Tage. Ich habe ganz viele Fotos gemacht. Jetzt nach zwei Wochen testen, was das Teil zum Porträtmeister macht, die Honor sagt. Das erfahrt ihr in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Ja und wie ihr es von mir kennt, hier ein ganz schnelles kleines Unboxing. Ihr seht eine relativ schmale Verpackung. Sprich, Honor legt hier auch bei dem 200 Pro kein Netzteil dazu. Ein Ladekabel USB-C auf USB-A und eine SIM-Nadel und bei euch dürfte dann auch noch etwas Papierkram mit dabei sein. Das war's, was eigentlich hier dabei ist. Es ist noch eine Displayschutzfolie auf dem Display installiert und ist keine Hülle dabei. Und wie gesagt, kein Netzteil. Aber ihr könnt das, ja, das Honor 200 Pro bis zu 100 Watt Geschwindigkeit laden. Hier 5200 mAh stark ist der Akku. Gehen wir natürlich nacheinander nochmal darauf ein. Ja, Honor hat sich einen Partner gesucht. Ja, das Studio, das Pariser Studio Harcourt hat mit Honor eine ganz bestimmte Software für Porträts entwickelt. Harcourt kennt man, ja, das Pariser Studio kennt man für die ganzen Promis, die schon da waren. Hier Karl Lagerfeld und, 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 die sich da ablichten gelassen haben. In Paris konnten wir sogar von den Leuten aus diesem Studio auch ein Porträt von uns selber machen lassen. Die Schlange war nur ewig lang und deswegen habe ich jetzt persönlich da von mir kein Foto machen lassen. Macht aber nichts. Die Fotos sahen wirklich toll aus. Kommen wir alles im Laufe des Videos natürlich dazu. Wir schauen uns erstmal das Honor 200 Pro im Design an. Ja, der Kamerabump, der weiß zu auffallen. Ja, also das ist mal ein Design, das kennen wir noch nicht. So eine langgezogene Ellipse mit drei Kamerasensoren und einmal einen Blitz. Und wir haben hier so eine marmorierte Oberfläche. Ich halte es mal so ein bisschen ins Licht und drehe mal ein bisschen. Sieht ganz nice aus. Und ich habe vor Ort Honor auch gefragt, was das für eine Rückseite ist. Und sie sagten, es ist, ja, Glasrückseite, so ein nicht wirkliches Glas, aber schon so annähernd eine Glasrückseite. Also mal schauen, vielleicht weiß von euch ist einer besser. Und dann schreibt ihr es mir gerne unten in die Kommentare. Es gibt verschiedene Farben. Wir haben hier noch eine schwarze Farbe und so eine grüne Farbe. Und die grüne Farbe, die ist so angelehnt an den Wellengang vom Meer. Das sieht wirklich sehr cool aus. Und ja, die weiße Farbe mit dem Marmor gefällt mir auch sehr gut. Und schwarz ist halt schlicht elegant und das auch nicht verkehrt. Der Rahmen, das ist ganz eindeutig, der ist aus Kunststoff. Man sieht hier keine Antennenstreifen. Dann haben wir einmal den Power-Button sowie die Lauter- und Leiser-Wippe. Und das ist alles natürlich super verarbeitet. Preis übrigens, UVP, 799 Euro. Was ich von dem Preis halte, kommen wir gleich dazu. Im Moment hat Honor aber eine Aktion mit einem Coupon. 100 Euro Coupon, also ihr spart 100 Euro, also am Ende 699 Euro. Das ist doch mal eine Ansage, dass Honor so weit mit dem Preis doch runtergehen kann. Also ihr findet alle Links unten in der Videobeschreibung. Schaut da gerne nach, wenn euch das Gerät hier interessiert. Wie gesagt, wir haben hier Kunststoffrahmen. Hier oben haben wir ein Infrarot-Blaster, dann hier erstes Mikrofon und hier dann auch noch die ersten Auslässe von den Stereo-Lautsprechern. Hier oben an der Seite und unten ist der nächste. Da gehen wir gleich hin, weil links haben wir gar nichts. Dann haben wir hier einen SIM-Slot und hier passen zwei Nano-SIM-Karten rein. Keine Möglichkeit, den internen Speicher zu erweitern. USB-C, leider hier nur in der Version 2.0, das ist ein bisschen schade. Und auch die IP-Zertifizierung ist IP55 spritzwassergeschützt, nennt man das. Ein spritzwassergeschütztes Design. Also hier würde ich jedem abraten, das Gerät unter Wasser zu tauchen. Die Maße des Geräts, da sind wir bei 75,2 auf 163,3. Und es ist schön dünn, 8,2 mm dünn und 199 Gramm. Das ist wirklich voll in Ordnung. Hier, wie gesagt, mit der Rückseite aus, ja, Glas, Kunststoff, wer weiß, wie gesagt, dann kommt 199 Gramm doch auch wirklich hin. Kommen wir auf die Vorderseite. Und hier empfängt uns das Display mit einem Fingerabdrucksensor, der nicht unbedingt der schnellste ist, aber sehr, sehr zuverlässig. Und ihr seht hier, ich mache mal was Helles an, damit ihr das genauer seht, hier das schöne Display, 6,78 Zoll OLED-Display mit einer QHD-Auflösung, sprich 1224 mal 2700 Pixel bei 436 ppi. Dynamisch 120 Hertz, das entscheidet so ein bisschen das Gerät, in welcher Bildwiederholrate dann das Display, in welcher Herzzahl das dann läuft. Es geht nicht ganz LTPO, weil LTPO geht runter bis 1. Hier haben wir, ich glaube, bis 60 Hertz, haben sie gesagt, und eine Spitzenhelligkeit bis 4000 Nits. Also das Teil kann wirklich sehr, sehr hell werden. Was haben wir noch zu sagen über das Display? 10-Bit-Farbtiefe, ein Always-On-Display. Und wir haben hier eine Dual-Edge-Kante rechts, links, aber auch leicht oben und unten ist es gerundet. Also das ist wirklich sehr anschmiegsam. Ich mag Edge-Displays, viele ja von euch nicht, aber ich mag das doch wirklich sehr, sehr gerne. Und hier oben, ja, keine richtige Punchhole, sondern eine Pille, würde ich sagen. Hier sind zwei Sensoren dabei, kommen wir gleich dazu. Aber hier oben, ihr seht es, verschiedene Anwendungen. Hier habe ich gerade ein bisschen Radio laufen in der Küche und dann könnt ihr da drauf gehen und dann poppt das so auf. Man kennt es von so einem abgebissenen Apfel, würde ich mal sagen. Ja, was ich noch sagen wollte, die dünnen Display-Ränder, die halt wirklich auch sehr gelungen sind, auch oben und unten, schön symmetrisch. Also das sieht wirklich super klasse aus. Eins von den zwei Sensoren hier oben ist eine 50 Megapixel Frontkamera mit einer Blende von f2.1. Diese kann 4K darstellen. Gehen wir doch gleich mal hier rein und dann gehen wir mal auf Video. Und dann könnt ihr sehen, hier oben 4K, 30 FPS möglich. Also das ist doch auch wirklich sehr, sehr nice, dass das die Frontkamera kann und vor allem, ja, 50 Megapixel. Also da könnt ihr doch auch gestochene, scharfe Fotos damit schießen. Ja, was haben wir noch da oben? Hier drin verbaut ist ein Sensor für eine 2D-Gesichtserkennung. Also damit könnt ihr zum Beispiel auch Bank-Apps dann entsperren oder bestätigen, eine Überweisung bestätigen. So ähnlich, sage ich mal, wie halt bei Apple auch. Ja, bei den Kameras und dann kommen wir klar auf die Rückseite. Und wie gesagt, eine ellipsenförmige Kamera-Bump. Hier drei Sensoren mit verbaut. Und hier haben wir einen 50 Megapixel Omnivision OV-H9000. Das ist ein wirklich sehr, sehr guter Sensor. Dieser war auch in dem Honor Magic 6 Pro, in dem High-End-Gerät des letzten Jahres verbaut. Und dieser Sensor hat echt was drauf. Also damit macht echt viel Spaß, Fotos zu schießen. Hier eine Blende von f1.95. Optisch bildstabilisiert übrigens. Das Highlight natürlich, die Zusammenarbeit mit Studio Harcourt. Das ist ganz klar. Hier Porträts im Vordergrund. Und die Porträts, die haben wirklich eine sehr, sehr gute Optik. Wir können gerade mal in die App gehen, in die Kamera-App gehen. Und hier auf Porträten. Ihr habt oben hier das Logo. Und dann könnt ihr drei verschiedene Modi auswählen. Einmal hier Dynamisch. Dann einmal hier Farbe. Und mein Favorit, klassisch, also schwarz-weiß. Und jetzt blende ich euch hier wirklich echt mal ein paar Fotos ein. Es hat tierisch Spaß gemacht, mit diesem Modus Porträtfotos aufzunehmen. Und ja, Honor hat recht. Im Moment zumindest ist das Honor 200 Pro der Porträtmeister unter den Smartphones. Also wirklich top Fotos. Das macht echt Spaß. Ich kann ja mal kurz eins raussuchen. Wenn ich da gleich eins finde, lasst mich mal schauen. Hier zum Beispiel habe ich noch nicht mal einen Mensch fotografiert, sondern ein Pferd. Und hier könnt ihr doch mal gucken. Also was ist das denn für ein geiles Porträtfoto geworden? Und einfach so aus der Hand. Das macht tierisch viel Spaß. Also da hat Honor wirklich alles richtig gemacht. Wer auf Porträtfotos steht, kann sich das Honor 200 Pro wirklich mal anschauen. Weil halt nicht nur Tiere, auch Menschen und so weiter sehen da wirklich sehr, sehr cool aus. Ich suche mal was und dann kann ich euch da mal was zeigen. Hier zum Beispiel. Das ist auch wirklich ein sehr, sehr schönes Foto. Und da wird gespielt mit den Lichtern, mit Schatten und so weiter. Und das macht auch wirklich sehr viel Spaß, muss ich sagen. Also es hat mich total überzeugt, der Porträtmodus mit der Zusammenarbeit mit Studio Harcourt. Es waren auch in Paris, wie gesagt, Mitarbeiter und auch der CEO oder die CEO-Chefin von Studio Harcourt da und hat das alles auch erklärt. Also das war wirklich sehr cool und doch auch sehr inspirierend, hier mehr Porträtfotos zu machen. Der nächste Sensor ist ein Ultraweitwinkelsensor, 12 Megapixel. Ich sage mal jetzt nichts Überwältigendes. Aber es ist auf jeden Fall ausreichend für dieses Setup. Hier 12 Megapixel, immerhin besser wie 8 Megapixel. Klar, mit einer Blende von f2.2 und dieser ist dann auch elektronisch bildstabilisiert. Dritter Sensor und das hat mir sehr gut gefallen. Kein so Makrosensor oder irgendwas, sondern auch ein 50 Megapixel und das ist ein Telesensor. Hier der Sony IMX 856 mit einer Blende von f2.4. Damit könnt ihr bis zu 50-fach digital zoomen. Auch dieser ganz klar optisch bildstabilisiert. 4K-Videos sind damit möglich. Eine Videostabilisierung ist auch mit an Bord. Autofokus, HDR, RAW-Modus, ein Nachtmodus und natürlich ganz klar, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, der tolle Porträt-Modus. Und das ist ein Kamerasetup, was natürlich in so einen Bereich kommt, dass den Preis, finde ich, schon wieder, ich will nicht sagen gerechtfertigt, aber man ihn so ein bisschen verstehen kann. 799 Euro ist schon eine Hausnummer, aber wer sich für das Gerät interessiert, schaut bitte gerne ganz schnell nach. Bei Honor, wie gesagt, zurzeit 699 Euro. Wir machen mal mit der Hardware weiter und dann sage ich, mit welchem Gerät man es eigentlich vergleichen könnte, zumindest von der Hardware her. Hier als Software haben wir Android 14, machen wir erstmal das, Android 14 und dann gehen wir mal hier ins Gerät rein, über das Telefon. Und wir haben hier Magic OS in der Version 8.0 und der Sicherheitspatch-Update, lasst mich schauen, wo ich das finde, ist hier auf 1. Mai 2024. Ist für meine Verhältnisse oder ist nach meiner Meinung vollkommen in Ordnung. Hier 1. Juni wird es auch demnächst kommen, wenn der Juni vorbei ist, ist das ja meistens so und das doch hier auf einem richtig guten Stand. Ihr habt natürlich hier alle Google-Dienste und so weiter drauf, wird manchmal noch gefragt. Klar, viele wissen noch von früher, war Honor eine Tochtermarke von Huawei. Diese Zeiten sind lange vorbei. Jetzt hier eigenständig die Firma Honor und die haben selbstverständlich auch den Playstore mit an Bord. Und das Ganze hier wird gepowert von einem neuesten, von einem neuen Qualcomm-Prozessor, der Snapdragon 8S Gen 3. 4 Nanometer-Produktion, Octa-Core mit 3 GHz, Adreno 750 Grafikeinheit, gibt dann nochmal die Power für die Games. Und ihr könnt hier wirklich auch alles spielen. Also Diablo Immortally, ihr kennt mich, spiele ich ja immer und das ist überhaupt kein Thema. Auch in den höchsten Einstellungen, vielleicht nicht ganz hoch, aber so fast ganz oben, ohne Probleme möglich. Zur Seite stehen euch dann 12 oder 60 GB LPDDR5X RAM, also auch hier die schnellste im Moment Arbeitsspeicher, den es auf dem Markt gibt. Und halt 256 GB UFS 4.0 interner Speicher. Und auch da schön UFS 4.0. Das Ganze bringt dann Antutu-Benchmark-Punkte von über 1,5 Millionen Punkten auf die Waage, würde ich jetzt mal sagen. Und da, wie gesagt, könnt ihr doch alles damit spielen. Ja, das Ganze, ich habe es schon erwähnt, ist natürlich ein ganz offizielles, in Deutschland erhältliches Gerät. Ihr kennt mich, ich habe oft Importgeräte dabei. Das hier von Honor Deutschland zum Testen für mich zur Verfügung gestellt. Aber nach meinem Test geht das natürlich zurück. Also hier ganz normal, ich sage jetzt mal deutsches, europäisches Gerät. LTE mit an Bord, 5G mit an Bord. WLAN 2,4 und 5 Gigahertz. Aber auch Wi-Fi 6 für den schnellen Standard. Zu Hause dann auch fürs Netzwerk. Und hier Bluetooth in der Version 5.3. Natürlich auch NFC fürs kontaktlose Bezahlen mit dabei. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Akku. 5200 mAh stark. 100 Watt kann das mit einem Netzteil geladen werden. Und wenn ihr schnell genug seid bei der Bestellung, könnt ihr nicht nur die 100 Euro sparen, sondern auch noch, wenn ihr Glück habt, den Wireless Charger inklusive dazu bekommen. Weil dieses Teil kann man mit 66 Watt laden. Also ihr müsst euch noch nicht mal unbedingt das Netzteil kaufen, wenn ihr es kurzfristig bestellt. Wie gesagt, Wireless Charger dann mit dabei im Paket. Also das ist doch wirklich sehr, sehr nice. Ja, was bleibt abschließend zu sagen? Das Gerät hier, das ist absolut was für, ja, Foto-Verrückte, Portrait-Verrückte vor allem. Weil die Portraits, ihr habt es gesehen, sehen sowas von super aus. Also ich kann es gar nicht anders sagen, ich kann es gar nicht oft genug sagen, dass dieses Teil hier wirklich sehr, sehr coole Portrait-Fotos macht. Wie Honor sagt, der Portrait-Meister im Moment unter den Smartphones. Ja, Hardware-Leistung auch vollkommen up-to-date. Der 8S Gen 3 liefert ab, das ist ganz klar. Sehr, sehr schönes Display, OLED, die Auflösung, mein Gott, ist nicht ganz Quad-HD, es ist nur QHD. Das ist vollkommen in Ordnung für den Preisbereich. Da kann man nicht meckern, finde ich. Klar, über den Preis muss man sich bewusst sein, dass man mit diesem Teil oder in dieser, ja, Performance-Lage auch andere Geräte bekommt. Aber, wie gesagt, die Kamera, die kann, macht das dann doch weg. Ob das dann einem, zwei oder sogar 300 Euro wert ist, eine bessere Kamera zu haben, wie ein, ja, einem anderen Gerät von einem anderen Hersteller, das muss jeder für sich entscheiden, das ist ganz klar. Ich bin gespannt, was ihr in den Kommentaren unter diesem Video schreibt, weil mir gefällt das Gerät richtig gut. Aber natürlich auch, 799 Euro wäre mir persönlich auch zu viel. 699 Euro jetzt, wie gesagt, im Shop zu haben, da könnte man es sich echt überlegen. Ja, das war das Video über das Honor 200 Pro. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen, Abo auch gerne da lassen. Und dann bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Auf Wiedersehen.